Jetzt ist aber Ruhe, es geht gleich los. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Keine politische Kraft hat dieses Land so verbessert wie Bündnis 90 die Grünen. So sprach der Co-Vorsitzende Omnit Nauripur auf dem Parteitag der Grünen. Eine Aussage, die so gar nicht zu Realität in Deutschland passen mag, aber für die gekränkten Mitglieder der Grünen Partei und deren Wähler balsam für die durch die Realität verursachten Wunden war. Gut, dass die Realität ein bisschen Probleme hat mit den grünen Ideen, stört den grünen Genossen im Prinzip nicht. Hat man doch bis dato immer Mittel und Wege gefunden, dem abzuschaffenden Volke eine Realität über die verbündeten Mainstream-Medien zu präsentieren, die die wahren Folgen ihrer deutschlandvernichteten Politik vertuscht. Man kleisterte die desaströsen Folgen einer miserablen Energiepolitik mit Schulden aus Schattenhaushalten zu, um so zu verhindern, dass das Volk den Glauben an die heilige grüne Politik verliert. Doch nun scheint den Genossen der Kleister auszugehen, denn an allen Ecken und Enden ist großer Kleisterbedarf. Ja, es droht sogar der große Kleisternotstand. Und Deutschland droht der Rutsch in die Realität. Die Gewissheit, dass die Energieversorgung in Deutschland nicht mehr bezahlbar, ja sogar gänzlich gefährdet ist. Und dies zur Folge hat, dass die Wirtschaft stirbt oder abwandert. Auch unser soziales Netz scheint in Gefahr und droht wegen der links-grünen Einwanderungspolitik, ohne schuldenfinanzierten Kleister zusammenzubrechen. So ist der links-grüne Elfenbeinturm immer mehr vom Einsturz bedroht und alle in absoluter Inkompetenz dahergeredenden Luftschlösser lösen sich in selbiger auf. Doch diese Erkenntnis scheint in den rot-grünen Köpfen keinen Platz zu finden und erzeugt nur noch mehr Realitätsverweigerung in den Köpfen der großen Transformatoren. Ist doch die Angst zu groß, nach diesem ganzen Desaster in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und wieder seinen Dienst im nächstbesten Parkhaus oder Callcenter zu verrichten. So vernimmt man Gerüchte, dass die Ampel den Notstand ausrufen wird, um so an weiteren Kleister zu gelangen, der nicht Deutschland, sondern die Ampelkoalition retten soll. Offiziell wird die Mehr verbreitet, dass mit dem Geld die große Transformation, der Umbau unserer Gesellschaft in eine multikulturelle, radfahrende, gendernde, so glückliche Welt gerettet wird. Und das Ganze natürlich auch gegen den Willen des Volkes und der Verfassung. Denn was gilt schon die Verfassung im Vergleich zur Verfassung der grünen Seele? Und die Meinung des Volkes im Vergleich zu den krankhaften Vorstellungen der links-grünen Eliten? So besteht die Gefahr, dass die Regierung den Notstand ausruft und wir diesen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, zumindest solange das Volk nicht endlich aufsteht, nie wieder verlassen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.